Hi, Willkommen bei Logikos Running. Ich war letztens ein bisschen einkaufen, habe mir zwei neue Schuhe gekauft. Einmal den Salomon Speed Cross 3. Da habe ich schon einen, da ist bloß jetzt die Sole langsam abgelaufen, deswegen habe ich mir da einfach mal einen neuen gegönnt dafür. Und dann kenne ich bisher selber noch nicht, von Salewa MS Ultra Tray. Das ist dieses gute Stück, auch ordentlich Profilsohle. Den werde ich jetzt mal testen, mal ein bisschen einlaufen. Ich habe jetzt dann im Juli einen Lauf vor mir und bin jetzt noch stark am überlegen, welchen ich dann nehme. Wenn ihr vielleicht den Salewa kennt oder auch den Speed Cross, schreibt einfach mal unten in die Kommentare eure Erfahrungen da rein. Würde mich einfach mal interessieren. Ich werde jetzt eine Runde laufen gehen, werde den Salewa einfach mal auf Herz und Nieren prüfen. Dann schaue ich mich mit dem zurechtkommen. Und vielleicht laufe ich da meinen ersten Trail diese Saison. Mal schauen, ob er einfach zu meinem Laufstil passt. Dann nehme ich euch mit auf meinen Lauf. Viel Spaß! Jetzt stehen Bergläufe auf dem Trainingsplan. Also eine relativ kurze Strecke habe ich mir heute ausgesucht. Einfach nur runter, gleich um die Ecke wieder hoch. Die ganz kurzen Stücke, die Verbindungsstücke, das sind fünf Meter oder so, ruhig zum Entspannen. Und ich teile das auf in Blöcke. Ich mache immer fünf Runden. Pause. Und das probiere ich einfach insgesamt vier Mal zu machen. Also 20 Mal den Berg hoch und 20 Mal runter. Einfach um die Waden zu stärken und die Oberschenkel einfach drauf vorzubereiten für die langen Auf- und Abstiege. Und dabei teste ich einfach meine neuen Schuhe. Die Salewa. Ich habe mich jetzt gemütlich eingelaufen. Und jetzt nehme ich euch einfach mal auf die kleine kurze Runde. Knackig. Das sind so 20 Meter Höhen-Differenz. Also komme ich so ungefähr insgesamt auf 400 Höhenmeter heute. Denke ich mal, das reicht für eine ordentliche Trainingseinheit. Das reicht für eine freunde in der Cauchisse. Das Beste. 1 1 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also, ihr seht, die Strecke ist nicht lang. Das waren jetzt ca. 2 Minuten ungefähr die Runde, wenn überhaupt. Und ja, nach einer Runde bin ich schon gut außer Atem. Ja, jetzt habe ich noch einen 19 vor mir. Ja, das kann ja spannend werden heute noch. Aber ohne Training läuft ja nichts. Also, viel Spaß beim Laufen. Euer Leuki.